Ja, Moin Leute, willkommen bei einer neuen Folge bei Dead by Daylight. Mal wieder, ja? So, letzte Folge waren wir eigentlich gut dabei gewesen, außer am Ende hatten wir ein bisschen Pech. Aber ansonsten sind wir eigentlich immer gut davongekommen, würde ich mal so sagen. So, jetzt will ich erstmal schnell eine Lobby finden, damit wir gleich wieder anfangen können. So. Warten, 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 warten. Bei der letzten Folge war das eigentlich voll krass und wie scheiße wir am Ende da auch verkackt haben. Weil wir haben gut angefangen, wir haben vier, vier Generatoren haben wir gemacht, also geschafft, trotzdem sind wir am Ende gestorben. Weil der eine Kollege ja nichts gemacht hatte, ne? Das war dann halt das Problem. Ich hoffe, dass er jetzt mal eine Lobby findet, wäre mal nicht schlecht. Oder ich würde sagen, ich mache kurz einen Cut und dann sehen wir uns in der Lobby wieder. So, da sind wir wieder und wir haben eine Lobby gefunden. Was ist da direkt los? Also das ging jetzt schnell. Ich hätte eigentlich auch gar nicht cutten müssen. Ich kam schon so rein, ich muss kurz was trinken. Entschuldigung. Hoffen, man sieht die Fremdwerbung nicht. Ich habe ja auf jeden Fall Kacke. So, Ladebildschirm, hoffe ich geht jetzt auch schnell vorbei. Weil ich bin eigentlich heute jetzt heiß auf das Spiel und will Besuchung zu gewinnen. Weil ich habe keinen Bock, die ganzen Folgen zu machen, wo wir nur für... Weil darauf hätte ich keinen Bock. Freeze, oder? Nein, geht doch, okay. Scheiß Freeze. So, jetzt geht es auch direkt los. Let's go. Schrottplatz. Autohafen und Schrottplatz. Also Autohaven. Wir starten alle zusammen. Ich war guter Einstieg. Wir haben den neuen Killer und nur nicht gehört. Also wir haben den Killer nicht gehört, wie der spielt. Ich gehe von Trapper aus oder von Kettensegen, Johnny. Ich komme den zusammen. Ich hoffe, das fällt jetzt nicht auf. Da kommt er schon. Hat er mich gesehen? Ich habe mich gar nicht gesehen. Alles klar. Bewege mich mal gar nicht. Mal gucken, ob der mich dann immer noch sieht. Okay, der hat auf jeden Fall einen anderen getroffen. Kommt los, nicht zu mir. Okay, er haut mich den ab. Mal richte mal weiter. Während der andere gejagt wird. Er hat schon mal Glück gehabt. Aber was man sich wundert, wie kann er mich dann nicht sehen? Ist dann eigentlich offen. Weil ich verstecke mich manchmal so krass, und dann sehen die mich. Und ich verstecke mich jetzt so easy. Kommt der wieder, Alter. Ist weg. Nämlich schnatzen? Wow, war das knapp. Oh, jetzt hat der einen anderen getroffen. Wow, man, verpiss dich doch, man. Ich gehe mir nicht auf den Sack. Der bringt den, glaube ich, in den Keller. Wenn du den aufhängst, springst du runter. Das macht auch so eine Falle hin. Wie Sau. Der bleibt da unten. Alles klar. Er versteckt sich da. Wo ist ähnlich. Oh, genau. Oh, genau. scheiße ja ist klar ja so war ich schon geil guck mal ob ich das Luftversuch schon gesehen habe ja ist auch vorbei bei uns was ist das wenn du zu gut mit dich nicht wie willst du verkackst du selbst mit das ist auf jeden Fall vorbei was mich wundert dass da nicht mal ein Sound kam das gibt es nicht das ist vorbei für mich alles klar ich finde das ist viel zu schnell ich hoffe ich werde heute noch eine Folge der Camping dran hängt was soll das ich werde da auf jeden Fall noch eine dran machen weil jetzt es ist gar nichts das löst ja nicht an so gehen wir mal auf verlassen ich werde es gar nicht sehen ich werde es gar nicht das war nur eine neue Lobby das war doch grad ein Witz was da abging Das ging gar nicht Was war das bitte Also Was waren das Vielleicht 5 Minuten gespielt Das war totaler Witz Siehst du Willst du einmal wieder helfen Willst du einmal wieder helfen Und dann wieder fährt dir so eine Scheiße Dass du direkt mit drauf gehst Was ist das Weil ich würde ungern Den Knallharten Typen spielen Und keinen helfen Weil das ist scheiße Man spielt hier zusammen Ein Spiel mit den anderen Leuten Da sollte man denen auch helfen Weil sowieso ich das kenne Die Knallharten Typen Die hier so spielen Die hier nicht helfen Komm meistens immer durch Aber wenn du zu gut mit dich bist Dann verreckst du einfach Und darauf habe ich eigentlich Auch keinen Bock Direkt immer zu verrecken Aber ich will auch kein Assi sein Und nicht helfen wollen Darum Ich mache jetzt mal diese Folge Und diese Folge Dann werde ich einfach Gutmütig bleiben Ganz einfach Weil das bringt mir sonst auch nichts Mal gucken Erstmal im Ladebildschirm wieder Was ist nichts neues Ja aber das gerade ging echt nicht Das war doch voll der Witz Das waren vielleicht höchstens Gefehlte 5 Minuten gespielt Wenn überhaupt Das finde ich eher Assi Wenn man die ganze Dunton kämpft Also ich glaube das ist die neue Karte wieder Aber das ist echt Assi Wenn man die ganze Dunton kämpft Was willst du sonst anders machen Na ja das kennt den Sägen Johnny So da gehe ich mal zum Generator Was ist das für ein Witz Der ist hier drückt bei mir Der ist hier drückt bei mir Der drückt den ersten Alles klar Lauf Jäger Lauf Was war das denn Boah Lässt er sich schon wieder fangen Nochmal helfen kann ich jetzt glaube ich nicht Dann bin ich selbst down Dem leidkollege Eigentlich wollte ich ja gar nicht helfen Habe ich auch gesagt Aber irgendwie habe ich Dem instinkt immer zu helfen Weil Ich bin das Assi Wenn man nicht hilft Aber ich muss jetzt hier abbauen Ich muss auf jeden Fall hier weg Alles klar Ja der wird auf jeden Fall sein hinten abcampen Ich gehe schon 100% aus Den nächsten Er hat den aber gerettet Und dann hat einer nochmal geschlagen Alles sind verletzt Alter Alles sind verletzt Komm schon Wir sollten wir eigentlich kriegen Der ist ein Muss Wir haben nicht mal einen Generator bis jetzt geschafft Boah das weiste getroffen So die haben wir Alles klar Kurz den Erdschlacken geht sie weg Die Frage ist auch was der für Perks hat Also was für Perks der besitzt Das hier Kein ist er Der kommt von da auf jeden Fall der Sound Geh mal weiter hier weg Dürft ihr mich normalerweise nicht mehr sehen Machen wir dem mal weiter Alles klar Gute Fähigkeiten Schick Das hat mich die ganze abends ihr Herz klopft Und dann guckt der doch nicht Das war jetzt hier getroffen Fast Den haben wir aber jetzt auch Da haben wir schon mal zwei Und noch drei Stück alter Was machen die anderen denn bitte Na hier ist noch einer dran Ja mach doch mit Direkt Connection los Alter Komm schon Führe ich danach auch heilen Direkt Komm schon Komm schon Ich hoffe dass der jetzt nicht kommt Wenn ich währenddessen Ich jetzt hier heile So Das wir auch geschafft haben So Let's go Von den Hummels ist auch dann nur noch einen So Komm 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 Dann kriegen wir Komm Das muss Gut Noch einer Tja ет Let's go Der Wann hat ja uns getroffen Bitte nicht, bitte nicht Ja, das gibt's doch nicht, Mann Das ist doch ein Witz Ja, wenn die jetzt ohne mich abhauen Sind das voll die richtigen Ratten, ja Alles klar, ey Nein, wir müssen ja reinlass Das ist ja nicht Nein, wir müssen ja reinlass Komm schon Das war's Ja, okay, halt ab Komm schon Das war's, dankeschön Ich werde nie wieder helfen, nie wieder Es ist zu spät Dankeschön Ich werde jetzt auch einfach so'n Arschloch und mach nix Ah, geil, eh Spielergebnis geopfert Find ich mal nicht schlecht Hab ich ja noch nie gesehen bis jetzt Ja Auf jeden Fall Zeig mir mal die Spielernamen So, danke Reba, Sings Also, er ist eh gestorben Rocks, also Rock5 und Wixey Auf jeden Fall, wer war der Killer? Der war der Killer Danke auf jeden Fall Rock5 und Wixey Ich helfe mich Ich bedanke mich bei euch Alles klar Und dann werde ich nur sagen Haut rein und dann Ich hoffe, ich schalte es dann bei der nächsten Folge ein Ihr könnt auch gerne bei dieser Folge einen Daumen hoch da lassen Oder ihr könnt auch gerne abonnieren, ist eure Sache Ja 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 Da Ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020